Ich bin der letzte Schuss, ich bin der letzte Schuss. Sie haben gesagt, sie gewinnt einmal. Sie können gegen Basel spielen. Sie hat gewonnen. Herr Wunder, darf ich noch ein Interview mit Ihnen machen? Du musst es führen. Also, Sion hat gewonnen. Es waren ja eineinhalb Stunden in Überzahl. Was hat am Schluss den Ausschlag gegeben, dass Sie da gewonnen haben? Die Ausschläge hat es ganz klar. Da musst du auch mit Wallischer Deutsch reden, oder? Es ist unglaublich, dass wir den Köp haben. Es ist gedacht, dass es die größte Effizielle ist ein bisschen konzentriert. Wie fühlen Sie sich jetzt? Welche Rolle haben Sie in diesem Köp-Sieg eingenehm? Eigentlich gar keine.